Wir wollen auf die Wirtschaft gucken in diesem Land und haben zu Gast jemanden, der eigentlich immer dabei war, wenn ein Kanzler oder eine Kanzlerin nach China gereist ist, denn er ist, ich glaube, es sind über 20 Jahre an der Spitze oder fast 20 Jahre an der Spitze eines des wichtigsten deutschen Unternehmens gewesen. Wie blickt er also auf die Wirtschaft? Heute zu Gast ist der ehemalige Siemens-Chef Heinrich von Pira. Herzlich willkommen. Also Sie waren, eigentlich war es ja ganz egal, wer unter Ihnen Kanzler war, Sie waren mit Kohl unterwegs, Sie waren mit Merkel unterwegs, eben mit Schröder unterwegs. Wandel durch Handel, das war immer die Devise, die wir uns gegeben haben als Industrie. Das spielt eine große Rolle, auch in asiatischen Ländern. Wir tagen dazu bei, zu Wohlstand und Wohlstand ist auch die Voraussetzung dafür, dass sich Schritt für Schritt Demokratie und Menschenrechte verwirklichen lassen. So, und das hat super geklappt, weil China hat jetzt Wohlstand, aber Demokratie und Menschenrechte sind immer noch nicht da. War das also keine gute Idee? Nein, das war natürlich eine gute Idee. Man muss das ja mal aus chinesischer Sicht sehen. Ich meine, dass in China, man sagt, Zahlen kann ja niemand überprüfen, 500 bis 600 Millionen Menschen aus der absoluten Armut herausgeholt worden sind. Ich meine, wir sehen das alles mit unseren Augen. Aber man kann das auch mal mit chinesischen Augen sehen. Und das ist doch ein großer Erfolg für die Chinesen. Denn diese Öffnung, die Deng Xiaoping, das ist ja 40 Jahre her, die Einführung der sozialistischen Marktwirtschaft, was immer das dann heißt, nicht der sozialen Marktwirtschaft, sondern der sozialistischen Marktwirtschaft, hat natürlich diese Öffnung gebracht und hat einen großen Aufstieg mit diesen Wachstumsraten von 10 Prozent über viele Jahre, das ging ja auf den Deng Xiaoping zurück. Jetzt hat man das Gefühl, dass der Xi die Dinge wieder zurückrudert. Also die kommunistische Partei kriegt einen überragenden Einfluss. Ich glaube, dass auch er also keine großen Pflänzchen da mehr sehen will. Aber es ist natürlich einst den Chinesen auch aus dem Ruder gelaufen. Das ist der Unterschied zwischen Arm und Reich. Ich habe mich immer gefragt, wie das in einem kommunistischen Land, die Doktrin ist ja nach wie vor kommunistisch, wie das möglich ist, dass es dort mehr Milliardäre gibt als in Amerika. Und wie kann man eigentlich diese großen Unterschiede, wie kann man die emotional überhaupt bewältigen in dem Land? Und da hat er jetzt, glaube ich, die Bremse reingehauen und hat die Leute doch etwas zur Ordnung gerufen, die ja auch in einer unvorstellbaren Weise ihren Reichtum da gezeigt haben. Das muss er sich mal vorstellen, wenn man in China übers Land fährt. Also ich war zum Beispiel in Westchina bei den Uguren und bin von der Straße runter 30 Kilometer in die Dörfer gefahren. Alleine durften Sie? Wir durften alleine. Wir waren eine kleine Reisegruppe. Wir hatten ja auch keinen Aufpasser dabei. Bei Journalisten schwierig. Völlig alleine. Wir konnten mit den Leuten reden. Was haben Sie gesehen? Und man hat die Lebensqualität der Leute, Entschuldigung, konnte man an der Qualität der Toiletten messen. Je weiter man rausgekommen ist, desto schlimmer wurden die ganzen Umstände. Und dann hat man ein Gefühl dafür, dass da Leute in China gibt, die sagen, wir sind ein Entwicklungsland. Wir sehen immer Shanghai. Wir sehen den schönen Transrapid fahren. Wir sehen die tollen Gebäude. Wir sehen den Fortschritt. Wir sehen die großen technologischen Erfolge. Aber China ist halt 1,4 Milliarden Menschen. 18 Mal so groß wie Deutschland. Und das ist alles natürlich aus Sicht der Chinesen etwas schwieriger. So, und die Frage ist, wo ist jetzt Deutschland im Verhältnis zu China? Also die chinesische industriepolitische Zielsetzung lautet, das ist made in China 2025, die globale Marktführung soll erreicht werden bei der Hochtechnologie 2025. Bis 2049 soll die Welt dann eigentlich der Absatzmarkt sein. Das heißt, kurz gefasst, wir hören dann auf, quasi unsere Sachen in China zu verkaufen, was jetzt schon schwieriger wird. Und dafür kaufen wir vor allem dann das, was die Chinesen produzieren. Das ist sehr viel billiger als das, was in Deutschland gemacht wird. Und das sind wir dann, der Absatzmarkt für China. Das ist natürlich ein Szenario, was nicht eintreten darf, Frau Maischberger. Wie verhindert man das denn? Ja, ja, das muss man verhindern. Im Moment ist es ja so, China ist unser größter Handelspartner. 245 Milliarden haben wir Handelsvolumen. Wir haben ein Handelsbilanzdefizit von 60 Milliarden. 245, 60 Milliarden. Die Amerikaner, und dann nehme ich ausnahmsweise mal das Wort abkoppeln, in dem Mund. Die Amerikaner, die ja von uns aufsahmen, abkoppeln und weiter. Die haben 575 Milliarden Umsatz mit dem Handelsvolumen in Chinesen und haben 300 Milliarden Defizit. Leben also davon, dass sie billige Waren aus China einkaufen. Das ist ja auch ein wirtschaftlicher Erfolg dann für die Amerikaner. So was muss man jetzt machen. Der, der dieses wirklich anspruchsvolle und aus chinesischer Sicht überzeugende Programm formuliert hat, ist der Professor Wang Gang. Der saß neben mir im Aufsichtsrat bei ThyssenKrupp. Der ist in Deutschland ausgebildet, in Aachen, war im deutschen Unternehmen tätig und denkt mir, entschuldige mich, ich sage, denkt so wie ein Deutscher. Und der hat auch diese Themen hier. Ist das jetzt gut oder schlecht für Deutschland? Das ist für China gut, für uns nicht gut, wenn wir uns nicht entsprechend ausrichten. Das ganze Thema Elektromobilität ist ein ganz typisches Beispiel. Die haben gesagt, bei den Verbrennern können wir die nie mehr einholen. Also machen wir ganz was anderes, nämlich Elektromobilität. Wie muss man jetzt darauf reagieren auf dieses? Das ist ja Ihre Frage. Genau. Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir unsere technische Souveränität wieder gewinnen. Und wie? Ja, ich meine, wir müssen uns halt mal wieder mehr anstrengen. Aha. Das ist, nein, nicht aha. Nein, nein, nein. Das ist, was Sie von der Wirtschaft auch von anderen auch hören. Der Herr Brudermüller, der gerade aufgehört hat. Also Sie glauben, wir können den Wettlauf gewinnen, weil das ist nämlich genau der Unterschied. Also das heißt ja, die Chinesen werden von dem Staat unglaublich gefördert. Ja, ja, das ist alles wichtig. So, und das gibt es bei uns jetzt so nicht. Das heißt, haben wir dieselben Chancen? Nein, aber wir haben natürlich ganz andere Fähigkeiten. Wir haben ja ganz andere Fähigkeiten. Der Helmut Schmidt wurde mal gefragt, wie er 1993 war, ob er noch ein Optimist ist. Dann hat er gesagt, nein, er ist zu alt dafür. Also ich bin noch nicht ganz so alt und ich bin ein Optimist. Natürlich steckt in dem Land so viel Kraft, dass wir das schaffen können. Herr Scholz war sehr zurückhaltend. Ja, haben wir gesehen. Warum? Weil die Automobilfirmen dabei waren und der Daimler und der BMW machen 30 Prozent ihres Geschäftes erfolgreich. In China. Mit Verbrennern in China, hoffentlich demnächst mit Elektro. Die anderen sagen, das ist aber sehr schwierig. Und der BDI, der Bundesverband der deutschen Industrie, der ja 40 Verbände zu vertreten hat, da kommen natürlich ganz andere Interessen. Und der BDI, wenn Sie da zuhören und auf die Nuancen, dann merken Sie, die teilen die Meinung der Automobilisten nicht. Sondern da ist man natürlich der Meinung, dort, wo die Chinesen gezielt vorgehen mit Subventionen, übrigens auch mit großen Exportsubventionen, die Chinesen bezahlen sogar die Anwälte, die in Handelsstreitigkeiten dann chinesische Firmen vertreten müssen. Der digitalfinanzielle Komplex und die KP China. Ein Kommentar von Ernst Wolf. Der digitalfinanzielle Komplex aus den größten IT-Konzernen und den größten Vermögensverwaltungen der Welt ist die mächtigste Kraft, die es hier auf unserem Planeten gegeben hat. Der Börsenwert der fünf größten IT-Konzerne liegt zurzeit zwischen 9,5 und 10 Billionen US-Dollar. Das von BlackRock und Vanguard verwaltete Vermögen beträgt aktuell 17 Billionen Dollar. BlackRock ist zudem Berater der beiden größten Zentralbanken der Welt, der amerikanischen Federal Reserve und der europäischen Zentralbank und war in den vergangenen 18 Monaten federführend an der Verteilung von mehreren Billionen Dollar und Euro beteiligt. BlackRock verfügt mit dem Computersystem Aladin über die größte Finanzdatenbank, die die Welt bis heute gesehen hat. Aladin läuft auf der Azure-Cloud von Microsoft, demnach Apple, zweiten Unternehmen der Welt, dessen Börsenwert die 2-Billionen-Dollar-Grenze überschritten hat. Diese Verbindung von BlackRock und Microsoft steht stellvertretend für eine wichtige Veränderung, die die Weltwirtschaft in den vergangenen Jahren durchgemacht hat. War bisher nur das Geld der entscheidende Faktor für die Macht eines Unternehmens, so sind es heute neben dem Geld auch die Daten. Der digital-finanzielle Komplex mit Sitz im Silicon Valley und an der Wall Street beherrscht also mit dem Geld und den Daten die beiden Lebensadern unserer Gesellschaft und kann daher jede Regierung, die sich ihm nicht unterwirft, innerhalb kürzester Zeit kaltstellen oder aus dem Amt jagen. Dennoch hat der digital-finanzielle Komplex zur Zeit zwei große Probleme. Zum einen ist das Finanzsystem, dem er seine Macht verdankt, in sein Endstadium eingetreten und bringt ihn immer stärker in existenzielle Schwierigkeiten. Zum anderen ist ihm in den vergangenen Jahren in China eine gewaltige Konkurrenz erwachsen. Unternehmen wie Huawei, JD.com, China Mobile, Alibaba und Tencent haben den US-Konzernen gegenüber sogar zwei Vorteile und das sind zum einen die Größe des chinesischen Binnenmarktes und zum anderen die Tatsache, dass China 2015 mit der neuen Seidenstraße das größte Wirtschaftsprojekt aller Zeiten gestartet hat. Um sich gegen diese Konkurrenz zu wehren, hat der digital-finanzielle Komplex die US-Regierung in der Vergangenheit bereits gedrängt, mit Zöllen und Tarifen gegen die chinesischen Konzerne vorzugehen. Nun aber wird ihm unerwartete Hilfe zuteil. Zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und den chinesischen Internetgiganten ist nämlich ein heftiger Machtkampf entbrannt. Um den Hintergrund dieses Kampfes zu verstehen, muss man einen Blick auf Chinas Geschichte werfen. Das Land wird seit 1949 von der Kommunistischen Partei regiert, die zunächst die Planwirtschaft und zentralistische politische Strukturen nach sowjetischem Vorbild eingeführt hat. Seit Ende der 1980er Jahre jedoch hat sie den Kurs gewechselt und die Wirtschaft des Landes in einen Turbo-Kapitalismus umgewandelt, ohne dabei die zentralistischen Strukturen abzuschaffen. Und das aus gutem Grund. Sie verleihen der Regierung in Beijing nämlich wesentlich mehr Macht als ihren westlichen Gegenspielern. Diese Macht aber gerät durch den unaufhörlichen Aufstieg der chinesischen Digital- und Finanzindustrie immer stärker in Gefahr, sodass die Spitzen der Kommunistischen Partei einen wahren Feldzug gegen beide begonnen haben. Die Maßnahmen der Regierung gegen den Immobilienentwickler Evergrande, die diesen zeitweilig an den Rand des Bankrotts gebracht haben, waren nichts anderes als eine Machtdemonstration der Regierung und eine Warnung an ihre Gegner. Das aber haben uns die Mainstream-Medien ebenso wenig verraten wie die Tatsache, dass im Frühsommer dieses Jahres auf dem International Finance Forum in Beijing eine Bombe geplatzt ist. Dort hat ein ranghoher Funktionär nämlich verkündet, dass man den elektronischen Yuan, also die digitale Zentralbankwährung Chinas, möglicherweise auf dem Netzwerk von Diem, der Nachfolgewährung von Facebooks Libra, herausbringen werde. Diese absolut sensationelle Nachricht, die der Öffentlichkeit weitgehend unterschlagen wurde, zeigt, dass sich hinter dem Rücken der internationalen Öffentlichkeit eine ganz neue Allianz gebildet hat, und zwar zwischen dem digital-finanziellen Komplex des Westens und der kommunistischen Partei Chinas. Bedenkt man die überaus kritische Situation, in der sich die Weltwirtschaft und das globale Finanzsystem befinden, erscheint es fast wie eine Ironie der Geschichte, dass sich die stärkste Geldmacht der Welt in ihrer Not mit einer Partei zusammentut, die einmal angetreten ist, um die Welt vom Joch des Geldes zu befreien.